Beten Sie Ein Aufruf zum Gebet von J.C. Ryle Dritter Tag Ermutigung zum Gebet Ich kann nicht in Ihr Herz sehen, noch kenne ich Ihre persönliche Geschichte in geistlichen Dingen. Aber ausgehend von dem, was ich in der Bibel erkenne, wie auch in der Welt, kann ich Ihnen keine wichtigere Frage stellen als, beten Sie? Ich frage deshalb, ob Sie beten, weil das Gebet eine Handlung in der Religion ist, zu der wir ermutigt werden. Gott hat uns alle Möglichkeiten gegeben, um uns das Beten einfach zu machen, wenn es die Menschen nur versuchen würden. Von seiner Seite aus ist alles vorbereitet. Jeder Einwand ist ihm schon bekannt. Für jede Schwierigkeit hat er schon vorgesorgt. Er macht die krummen Wege gerade, und die steinigen Wege werden eben gemacht. Es gibt keine Entschuldigung für einen gebetslosen Menschen. Es gibt einen Weg, durch den jeder, wie sündig oder unwürdig er auch sein mag, sich Gott dem Vater nähern kann. Jesus Christus hat den Weg durch sein Opfer für uns am Kreuz freigemacht. Die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes braucht niemanden abzuhalten oder abzuschrecken. Sie brauchen nur zu Gott im Namen Jesu zu rufen und das Blut Jesu in Anspruch zu nehmen. Sie werden Gott auf dem Gnadenstuhl finden, bereit und willig zum Hören. Der Name Jesu verschafft einen Zugang, der nie seine Wirkung verfehlt. In diesem Namen können wir uns Gott furchtlos nähern und im Vertrauen bitten. Gott hat sich verpflichtet, ihn zu erhören. Denken Sie einmal darüber nach. Ist das keine Ermutigung? Wir haben einen Beistand und Fürsprecher, der zu allen Zeiten bereit ist, die Gebete derer, die in seinem Namen zu Gott kommen, weiterzuleiten. Dieser Beistand ist Jesus Christus. Er fügt unseren Gebeten das Räucherwerk seiner eigenen allmächtigen Fürsprache bei. So vereinigt erreichen Sie den Thron der Gnade als ein Wohlgeruch. Armselig in sich selbst werden Sie jedoch durch die Hand unseres hohen Priesters und älteren Bruders mächtig und kraftvoll. Ein Scheck ohne Unterschrift ist nichts als ein wertloses Stück Papier. Erst dieser Schriftzug verleiht ihm den Wert. Das Gebet eines armseligen Kindes Adams ist für sich eine klägliche Sache. Aber durch die Bürgschaft des Herrn Jesus Christus bekommt es seine Gültigkeit. In der Stadt Rom wurde ein Offizier damit beauftragt, seine Tür immer offen zu halten, um jeden römischen Bürger empfangen zu können, der Hilfe benötigte. Genauso hat der Herr Jesus immer ein offenes Ohr für diejenigen, die ihn um Erbarmen und Gnade anflehen. Es ist seine Aufgabe, ihnen zu helfen. Ihre Gebete sind seine Freude. Denken Sie darüber nach. Ist das nicht eine Ermutigung? Das ist das nicht eine Ermutigung. Untertitelung. BR 2018